hallo leute willkommen zu einem neuen video heute wollte ich mal zeigen wie ihr mit dem handy geld verdienen könnt ja dazu geht ihr in den playstore gebt oben ein app like apps und prämien downloadet euch das dann dann öffnet ihr es ja so dann seht ihr jetzt ein paar spiele da könnt ihr welche runterladen da steht auch wie viele coins einige m coins hier viele die auch viele sehr viele so ich habe jetzt hier die ganzen apps das heißt für die zeit jetzt bekommt ihr coins zum beispiel wenn ich jetzt sieben minuten fünf in india so final battle wäre also das sieben und dann spielen würde würde ich 431 coins bekommen ja und am anfang ihr bekommt 4444 startcoins ja jeder dem viel ihr habt könnt ihr dann hier nach prämien könnt ihr euch hier was auszahlen lassen ich könnte mit schon 50 cent paypal oder ein euro paypal und wenn ihr auf guter nehmt könnt ihr noch spotify und playstation und so aber ich bin glaube ich für 5 euro playstore oder paysafe card ist ja beides dasselbe oder beides im store verwenden ja wenn ihr auch irgendwo stand das letzte stand ah ja hier war doch schon richtig da steht wie viele coins ihr in den jeweiligen spielen schon bekommen habt seht ihr ja ich habe in denen ja schon die meisten bekommen und ja aber ja wenn euch das video gefallen hat lasst einen daumen nach oben da wenn uns abonniert verpasst dann kann man das video bis zum nächsten mal ciao